Musik 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 Meine Mutter ist vor Bitterkeit gestorben, weil sie hier eingesperrt war, wie wir alle. Gib mir tausend Mann und ich werde unsere Feinde in die Flucht schlagen. Dann können wir diese Burg verlassen, ohne Angst um unser Leben zu haben. Tausend Männer. Und dann? Dann werden wir kämpfen und siegen. Du bestimmt, ja. Ihr seid Kaiser eines Landes, in das ihr keinen Fuß mehr zu setzen wagt. Weil ihr lieber zögert, statt zu handeln. Macht euch da stolz, Vater, mich nicht! Wie geht es meiner Schwester? Sie weint viel. Dabei soll der König von Ungarn ein recht edler Herr sein. Ja? Wie alt ist Matthias Corvinus? 40? Und der Freitag meine Zwölfjährige? Mein Vater ist so voller Angst, dass Herr Königunde unserem größten Feind vorwerfen will, nur um ihn zu besänftigen. Begreifst du das? Ich sollte mal auch besänftigen, oder? Nur du wusstest, wo ich auf der Jagd bin. Daher weht der Wind. Und Polheim und der Leibdiener und jene, denen sie davon erzählt haben. Warum sollte ich dich verraten? Weil du mich niemals kriegen wirst. Ich werde immer oben sein und du unten. Weil du mich nicht kriegen kannst. Weil ich von zu niederem Stand für dich bin. Deswegen musst du dich heimlich mit mir treffen. Nachts, wenn alle schlafen, dann steigst du zu mir rauf. Voller Sehnsucht nach Wärme. Weil es oben so einsam ist. Ich kann viele haben. Bei Tageslicht. Du nur sehr wenige Maximilian von Österreich, weil ja kaum eine gut genug für dich ist. Also gewöhn dich besser in die Dunkelheit. Ich bin sehr froh, dass du lebst. Der Kaiser wünscht euch zu sprechen. Sofort. Was? Ihr habt versucht, mich zu verkaufen? An die Burgunder? Wenn Matthias Corvinus deine Schwester nicht zur Frau nimmt, werden wir untergehen. Ich habe lang genug zugesehen. Das muss ein Ende haben. Von was sprichst du? Von eurer Feigheit! Und eurer Hilflosigkeit. Deswegen haben die Kurfürsten euch gewählt, weil ihr ihnen nicht gefährlich werden könnt. Niemand respektiert euch. Vater. Ja, ihr seid der Kaiser. Aber ihr handelt wie ein Krämer. Wenn du mich angrüßt, töd ich dich. Ich werde mich aus dem Dreck kämpfen. Alleine. Und aus eigener Kraft. Normalerweise bleibt der Mann dort, wo er her ist. Und die Frau verlässt ihr Elternhaus für ihn. Oder er kommt zu ihr und nimmt sie mit in seine Heimat. Nur ein Märchen ist das so. Das stimmt. Ich fürchte auch. Ich kann euch nicht mal eine Mitgift bieten. Denkt ihr dabei an Hausrat und Bettwäsche? Sogar meine Kleidung ist geborgt. Wir finden sicher etwas für euch. Ihr seid in der Hauptstadt des Tuchhandels. Ihr seid sehr großzügig. Nein. Ihr werdet natürlich alles abarbeiten. Und wie? Wir werden sehen. Jetzt droht euch erstmal aus. Morgen führe ich euch dann in eure Pflichten ein. Es wird nicht einfach sein. Ja. Frankreich wird nicht tatenlos zusehen. Ich meinte eigentlich... für uns. Man sagt, dass die Seele es fühlt, wenn sie der anderen begegnet, die für sie bestimmt ist. Und was fühlt ihr? Ich weiß nicht. Und ihr? Es ist mein Kopf, der mich erheb hat. Und eurer, der mich erwählte. Als das kleinste Übel. Ja. Wir sollten das Denken sein lassen. Und auf unsere Herzen hören. Und wenn da nichts ist? Glaubt ihr das? Nein. Edle Herren. Ihr schönen Frauen von Burgund. Man sagt mir nach, dass ich gekommen bin, um euer Land auszublündern. Weil ich arm bin. Es ist wahr, Geld habe ich keines. Und ich esse mit den Fingern. Weil ich zum Kampf erzogen bin. Zum Krieg, der mein Land seit vielen Jahren heimsucht. Ich bin bereit, für euch mein Blut zu vergießen. Ich werde Frankreich entgegentreten. Tapfer, stark und entschlossen. So wie es euer verstorbener Herzog getan hat. Ich hebe mein Glas. Auf einen großen Mann. Auf Karl den Kühn. Und auf meine neue Heimat, Burgund. Sein altes Land, das ich mit aller Kraft verteidigen werde. Komme, was wolle. Auf unseren neuen Herzog. Auf unsere Herzogin. Auf Burgund. Auf unseren neuen Herzogin. Auf unsere Herzogin. Auf Burgund. Auf Burgund. Ich kenne euch nicht. Und ihr kennt mich nicht. Denkt, ich habe keine Angst. Doch. Ich hoffe, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Ich werde die Welt verändern. Sogar die Bürger von Köln konnten euch festhalten. Ihr wart machtlos gegen sie. Ich weiß. Es wird nicht leicht. Und ich brauche eure Hilfe. Und euer Geld. Für nichts als heiße Luft? Charmant? Maximilian von Österreich. Hört gut zu. Herzogin von Burgund bin ich. Ihr seid mein Mann. Und aus dem Recht der Ehefrau Herzog von Burgund. Der Juro Oxoris. Hinter mir. Tut, was nötig ist. Nicht mehr. Ich kann es nicht. Sehr still. Das wird so nicht gehen. Es muss gehen. Nur unser Wille kann uns retten. Dich und mich. Ja, aber nicht so. Wenn ihr genug gesehen habt, geht. Raus! Auch ihr. Ich hab keine Ahnung. Ja, das merke ich. Wie man regiert. Das andere kann ich. Ach, wirklich? Sehr gut sogar. Dass du ein Großmahl bist, habe ich längst bemerkt. Was kosten 10.000 Söldner? Drei Regimente. 35.000 pro Regiment. 105.000 Gulden im Monat. Da ist die gesamte Ausrüstung dabei. Und wenn ich für die Ausrüstung sorge? Die Hälfte. Streckt es mir vor. Das und noch viel mehr. Alles, was ihr mir geben könnt. Für den Krieg gegen Frankreich, nicht gegen die Ungarn. Mein Vater schuldet mir Geld. Nun wollt ihr auch noch Schulden machen. Ohne Sicherheiten wird das schwer. Haben wir Sicherheiten? Mehr als genug. Ja? Welche? Unsere Ländereien und die Einnahmen aus dem Tuchhandel, die wieder steigen werden. Und wenn ihr den Krieg verliert? Dann gehören meine Sicherheiten Frankreich. Das ist mir zu unsicher. Ich verpfände euch ganz Österreich. Die Silbermienen. Und wenn es sein muss, die Ernte. Der Kaiser wird das nicht zulassen. Ja. Der Vertrag wird erst gültig sein, wenn ich Kaiser bin. Aber ich brauche das Geld jetzt. Es ist ein Vorschuss auf die Zukunft. Die eure und die meine. Entscheidet euch rasch. Sonst suche ich einen anderen Kaufmann. 10.000 Mann ohne Ausrüstung. Zwei Monate. Für Obligationen an euren Bergwerken. Seid ihr in Kopenholt? Und wer seid ihr? Ich bin Maximilian. Dein Herzog. Das glaube ich kaum. Die Generalstaaten bestimmen wie in Maria von Burgund. zum Mann nimmt und wen nicht. So lautet das große Privileg, das sie unterzeichnet hat und das sie mit Füßen tritt. Verträge, die unter Zwang entstehen, sind nicht gültig. Wie eure Ehe. Bist du wirklich so mutig? Oder nur dumm? Ich glaube, ich muss mit euch in eurer Sprache sprechen. Damit ihr mich versteht. Ich werde euch Geld geben. Ich verfüge, dass 15.000 Männer mit Kleidung und Mänteln ausgestattet werden. Alles, was sie für den Krieg brauchen, soll hier gefertigt werden. In Ghent. 10.000 Mann bezahle ich, 5.000 ihr aus eigener Tasche. Zu euren eigenen Gunsten, weil ich euch sonst alle zur Rechenschaft ziehen werde. Für die feigen Morde an Monsieur Eugonet und Guy de Brimeux. Ihr Bürger werdet Arbeit haben und Brot durch mich, euren guten Herrn. Es weht ein neuer Wind in Burgund. Ihr könnt wählen, ob er warm ist oder schneidend kalt. Wolf von Polheim, ich, Maximilian, dein Herr, verurteile dich zum Tode. Aber wir befinden uns im Krieg. Deswegen verfüge ich, dass du dem verlorenen Haufen angehören wirst. Du sollst vor allen anderen die Franzosen angreifen. Mit nichts als dem Schwert in der Hand und dem Mut der Verzweiflung. Mögest du viele erschlagen, bevor du selbst ein sicheres Ende findest. Ein weises Urteil. Johanna von Hallewing, ich verstoße dich von meinem Hof und gebe dich zurück in die Obhut deines Mannes. Nein, das kannst du nicht machen. Doch. Schafft ihn raus. Als euer Herzog stehe ich für die Stränge, die es braucht und für das richtige Maß. Weitere Urteile werden heute noch folgen. Burgunder, Eidgenossen, ihr Deutschen und ihr Tiroler, seht mich an. Ich bin einer von euch, ein Mann, der zu Fuß kämpft. Gegen Frankreich, die mein Land haben wollen. Euer Land. Aber wir werden den Spieß umdrehen und sie ins Stücke hauen. Wir werden all diese Ritter vom Ruhr aus runterholen. Ich, Maximilian, zahle jedem, der mehr Männer tötet als ich, fünf Goldstücke. Macht euch bereit. Versucht euer Glück, denn ich werde viel in Stücke hauen. Ich war schon einmal hier. Im Traum. Ja! Ja!